So Leute, eine Ehre ist zu Ende, eine neue wird beginnen, aber ich bin jetzt raus aus dem Haus. Ja, ab dem 28.02. bin ich offiziell obdachlos, wenn ich so möchte. Ich weiß schon, was ich vorhabe, ich weiß schon, was ich möchte, ich weiß schon, was ich mache. Ich muss jetzt noch gucken, wie es jetzt alles umgesetzt ist. Der erste Monat wird jetzt wahrscheinlich am kniffligsten, weil ich jetzt diesen Monat viel ausgeben musste. Manchmal gehen die Dinge dann doch ziemlich schnell, bin ausgezogen und die Schanze gibt's bald nicht mehr. Nach so vielen Staffeln ist die Luft halt mal raus, da hilft nur noch kleiner Kulissen-Tausch. Ich habe kein Ziel und Plan, was morgen geschieht, gern gesehen in Hotels, ich bin charmant und geimpft. Ich gebe Gas und ich fahre, meine Heimat ist nur die Straße. Durch Deutschland Touren ist geil und alle Hater bleiben da rein. Endlich Tapetenwechsel, fahre gechillt, nach Schildern und mit Tempo markt, bis ich irgendwo bin. Hübsches Hotel hier in Frankfurt am Main, rufen Hater an, fahr ich halt wieder ein. Und begrenzt hat ein Volumen für ganz tolle Streams, mit paranoiden Blicken nach rechts und nach links. Ich gebe Gas und ich fahre, meine Heimat ist nur die Straße. Durch Deutschland Touren ist geil und alle Hater bleiben da rein. Denk an meinen Vater, als ich im Unterhahn schlafe, bald sind Abrissbühnen dort, wo mein Zuhause war. Mit 32 Jahren habe ich es geschafft, ich bin lieber ein Star, deshalb reißt es ruhig ab. Mancher würde sagen, lieg in Trümmern meines Lebens, aber das ist nur der Anfang. Steig zu neuen Sphären, zum Gerichtstermin werde ich pünktlich erscheinen. Mit gepflegter Erscheinung und dann spricht man nicht frei. Ich gebe Gas und ich fahre, meine Heimat ist nur die Straße. Durch Deutschland Touren ist geil und alle Hater bleiben da rein. Ich gebe Gas und ich fahre, meine Heimat ist nur die Straße.